Ich bin auf dem Bad. Ich mach mich fertig vor unserem Supermarkt-Ausflug. Weißt du was, wenn du Angst haben solltest, du brauchst doch nicht mitkommen. Wenn es danach ginge, wäre ich noch nie in einem Supermarkt gewesen. Nein, nein, ich schaff das schon. Oh, wow. Du siehst ja richtig frisch aus. Danke schön. Bitte, ich hab auch schon alles eingepackt. Also Handschuhe und Maske und Desinfektionskanister mit Sprühschlauch. Aber was ist denn, wenn jemand den Mindestabstand im Supermarkt nicht einhält und uns zu nahe kommt? Dafür hab ich einen Harry Potter Schockzauber. Spaß ist eigentlich ein Taser. Sehr gut. Mundwasser? Wozu das denn? Naja, falls wir in der Schlange stehen, an der Kasse, ich nervös werde und ich dich zur Beruhigung küssen will. Oh, du bist so... Ich nenn's mal romantisch. Ah, das bin ich. Ja, genau wie in Ben Stiller in Verrückt nach Mary. Als er so voll trottelig ist und total den Blödsinn macht, das alles nur um Cameron Diaz aka Mary zu beeindrucken. Oder wie Quill in Guardians of the Galaxy. Er ist ja so mega doof. Was ist denn? Woher weißt du das denn alles? Das ist doch mein Text. Kevin, wir sind seit 58 Tagen, 14 Stunden, 6 Minuten und 4 Sekunden ununterbrochen zusammen. Weißt du was? Wir sind quasi in Kevin-Täne. Was ich damit sagen will, wir gucken wirklich viele Filme. Also wirklich viele. Hm, du hast recht. Vielleicht können wir ja mal was anderes machen als Filme gucken. Serien zum Beispiel. Ja, lass uns erstmal diesen Ausstück überstehen. Na gut, alles klar. Hast du die extra großen Einkaufstüten dabei? Ich trau mich gar nicht zu fragen, aber wozu brauchen wir die? Na, um den Einkauf zu tragen? Ach so, ja, hab ich. Alles klar, dann mach ich noch ganz schnell meinen Schutzanzug fertig. Okay, brauchst du vielleicht Hilfe? Äh, ja. Das sind aber keine 1,50 Meter Sicherheitsabstand, die du da einhältst. Ganz schön heikel. Ja, fertig. Ich hol jetzt nur noch meinen Bus 2000 und die Monatskarte und dann gehen wir los. Monatskarte? Monatskarte? Wir fahren doch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Weißt du, wie viele Keime und Viren und Bakterien in so einem öffentlichen Verkehrsmittel sind? Und die ganzen Menschen, die bringen ja noch mehr Viren und Bakterien da rein. Und der Boden, der ist ja praktisch bedeckt mit Viren und Bakterien. Und wenn ich auf diesem Boden stehe, dann kleben diese Viren und Bakterien an mir. Carina, wir gehen zu Fuß. Carina? Zu Fuß, Carina! Das ist wie ein Spaziergang. Nein, nur langsamer. Warte auch nicht. Carina? Carina? Carina?